Ja, was hast du mir denn mitgebracht? Ich produziere ja selber Musik für ein kleines Programm. Wir haben uns vorbereitet, vielleicht gefällt es dir. Ja, dann spiel mal vor. Hast du dasselbe vor? Ja. Gefällt dir überhaupt total? Nur hier würde ich nicht ganz so schnell diese Orgel machen, weißt du? Weil die brennen ein bisschen so. Das würde ich ein bisschen bremden. Also, wenn wir das da produzieren, also die Orgel würde ich so ein bisschen langsamer machen. Mhm. Und ansonsten die Effekte finde ich schön. Ich finde auch schön, wie du die Sounds so zusammengebastelt hast. Hast du mir gedacht, wo kann man das jetzt mal? Ja, mit Music Maker. Musik Maker, okay, kein Problem. Das ist natürlich nicht im Vergleich zu Keybase oder Logic, aber wir können gerne was machen. Musik Maker, okay. 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 Da, hallo. Melli? Was ist los? Der Hund ist krank? Wegen den Babys. Jetzt sofort. Könnt ihr kein Taxi? Ja, weil ich bin hier gerade am Arbeiten. Warte mal. So schlimm ist das. Inola? Okay, pass auf. Ich, okay. Alles klar, ich komm. Warte, warte, ich muss mich kurz anziehen. Ich komm raus. Okay, dann bleibt. Wir sehen uns auf der Straße, ne? Bis gleich. Musik 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 Das war's für heute. Baby, you throw me out your life